So und dann machen wir direkt mal hier wieder weiter. Wo sind wir denn hier? Was ist das hier? Kann ich das öffnen? Matrosenhemd. Wo habe ich das denn her? Kann ich aufmachen? Ah, der Zille ist willkommen im Service Center. Hier arbeiten wir daran, das Leben für alle auf der Insel zu verbessern. Du kannst jederzeit mit mir über das Leben auf der Insel sprechen. Um administrative Aufgaben kümmert sich Melinda. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratiseinführung ins Basteln an. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich muss dir noch erklären, wofür die Kiste da gut ist. Das ist die Kremskramskiste und sie steht jedem Einwohner zur Verfügung. Die Leute legen hier Sachen ein, die sie nicht mehr brauchen. Dort landen auch Items, die bei Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Und so sollst du über die App mal einen anderen Bewohner rufen. Dann landet alles, was dein Besuch fängt oder ausgräbt, ebenfalls in der Kremskramskiste. Ja, ja, wenn dir etwas aus der Kiste gefällt, nimm es ruhig mit. Wenn die Kiste voll ist, wird das älteste Item darin entsorgt. Also warte nicht zu lange. Katzen, Klo, Karton, hä? Was ist denn da mit? Was? Sehr per Puzzleboden? Ach, kommen die mal mit. Blub. So, und das hier? Bankautomat oder was? Das Nookportal bietet eine Reihe von Diensten, die einem das Leben auf der Insel erleichtern. Um sich dafür zu registrieren, fehlt dir aber eine Adresse. Also such erst ein Blatt für dein Zuhause. Okay. 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 Was gibt es sonst hier? So, kannst du mir sonst irgendwie, hallo, helfen? Nö, ne? Gut. Dann. Würde ich sagen, suchen wir uns einen Platz. Wo mache ich denn am besten mein... Kannst du es aufheben? Birne, aufheben. Was mit dir? Ich muss dir was ganz Tolles zeigen, aber du sollst zuerst raten, was es wohl sein könnte. Hehehe. Ach, egal, ich verrate es dir. Es ist eine Wunderkerze. Anfänger. Richtig cool, oder? Für dich habe ich natürlich auch eine dabei. Dankeschön. Ich finde diese Dinger toll, aber noch viel lieber teile ich sie mit anderen. Dann funkelt es gleich umso doller. Jede Wette, du hast damit auch einen Riesenspaß. Anfänger wie Anfänger. Bringt das was, wenn ich die hier alle aufsammle? Ich hole die einfach mal mit. Kann ich die auch aufsammeln? Oh, guck mal, ich kann auch Steine sammeln. Sieh mal an. So, lass mal auf. So, kann ich hier rütteln? Hä? Oder kloppen? Ah, so, cool. So, so, so. Und hier? Was liegt hier rum? Halt's. Ah, ja. Zack. 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 Ja, ich brauche immer noch Platz für mein Häuschen. Oh, da hätten die. Ist das gut, wenn ich alles aufsammle? Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Habe ich jetzt Hummeln hier in der Tasche oder was? So, lass mal gucken, wo kann ich mich hier am besten... Soll ich mein Haus hier mit... Oh. Mit zu den anderen Stellen oder... Hm. Upsi. Da ist ja schon alles belegt, aber wenn die anderen alle hier wohnen, ist kein Platz. Obwohl, mein Haus wäre schon cool, wenn ich in der Nähe vom Service Center wohne, oder? Ich würde sagen... Hm. Wo ist denn ein schönes Plätzchen hier? Ich guck mal hier. Ah, hier, hier. Warte mal. Der Bulli-Tabler. Huh. Was war das? Mach mal hier sauber. Das hier sieht ganz schön aus. So. Hier hab ich Wasser. Hm. Hier, nehm, bitte, passt das gut. Hier mach ich mein Zelt hin. So. Zack. Zack. Hier einrichten. Uiuiui. Soll ich mein Zelt hier aufstellen? Äh. Äh. Ich muss ein bisschen zurück. Das ist ja ein Riesenzelt, du. So. Hier einrichten. Ah ja, passt schon so. Mal sehen. Ist diese Stelle in Ordnung? Ja, ist okay. Lass mal da stehen. Zeig mal. Mein Zelt steht. Damit bin ich dann wohl offiziell Bewohner dieser Insel. So. Okay. Da ist noch ein bisschen Platz. Ah. Jetzt ist das hier. Kann ich das später noch verschieben? Na, egal. Jetzt kann ich hier rein, oder was? Äh, warte mal. Ah. Okay. So. Wir haben schon mal zwei Kisten. Hup. Ein Radio. Hup. Und ne Lampe. Es läuft, alter Kuchen. Lass mal an. Schauen wir die Lampe an. Zack. Kann ich hier auch schlafen? Hä? Nee, so nicht. Uh. Jetzt ist mein Bett weg. Verdammt. Jetzt. Ach so. Ach so. Aha. Ich tue das in die Tasche. Aha. Wo ist mein Feldbett? Platzieren. Oh. Jetzt ist es einfach da. Okay. Egal. Äh. Wo ist meine Lampe? Taschenradio. Laterne. Platzieren. Klopp. Und dann kommt mein Radio hier hin. So. Taschenradio. Pop. Wenig genug Platz. Willst du mich veräppeln? So. Auswählen. Platzieren. Naja. Passt schon. Schreiben will ich nicht. Ja. Okay. Hier ist mein Briefkasten. Lass mal reingucken. Oh. Von Nintendo war es. Toll. Lieber Zillis. Vielen Dank für das herunterladen des Updates. Wir möchten uns dafür einem Geschenk erkenntlich zeigen. Weitere Updates folgen in Zukunft. Dein Team von Nintendo. Ach. Zeig mal her. In die Tasche. Äh. Und jetzt? Zurück. Alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben auf Astro World gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich. Das dir sicher helfen wird. Noch ein Geschenk. Schön. So. Hä? 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 Okay. So. Lass mal hier gucken. Meine Geschenke. Gutsi. Geschenk. Auspacken. Feuerwerktapete. Auspacken. Was? Behelfswerkbank. Erlernen. Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das denn merken? Aha. Hm. Okay. Was kann ich jetzt noch machen? Ach. Blumen kann ich auch sammeln. Da steht die Maus. Warum steht die da rum? Hallo. Ups. Was habe ich denn jetzt gesammelt? Ach. Ich drücke immer die falschen Loppe hier. Wie geht denn das? Warte. Die Renade. Ey. Ich heiße Renade. Du bist neu hergezogen, oder? Ich habe schon von dir gehört. Du bist der Zilis, oder? Cooler Name. Ich also. Ich liebe meine Freunde und abhängen und Spaß und tanzen und vor allem anderen quatschen. Und in ein paar Jahren bin ich todsicher ein weltbekannter Popstar. Mach dich auf was gefasst. Aber eigentlich bin ich auch nur ein ganz normales Mädchen. Also lasst uns Freunde sein, Schatzi. Ah. Okay. Ja. Was mache ich denn jetzt noch sonst so hier? Kann ich hier dem anderen die Pop... Warte mal. Hier ist so eine Pinnwand. Wollt ich da was machen? Ah. Da. Insektenturnier demnächst. Mhm. Okay. Feuerwerk demnächst. Findet jeden Sonntag eine Feuerwerkstatt? Ja, ja. Los geht's. Um 19 Uhr. Sobald die Dämmerung eingesetzt hat. Coole Sache. Coole Sache. Aber. Ich weiß noch gar nicht. Hm. Jetzt mal hier. Kann ich dir in seinem Prüfkasten gucken? Hallo. So. Ja. Hm. Kann ich hier rein? Okay. Ich kann hier rein. Oh. Was gibt's denn hier Schönes? Hä? Ah. Ich kann das Licht anmachen. Kann ich noch was damit machen? Was kann ich denn hier überhaupt machen? Hallo. Kann man nix machen. Kann ich das auch anmachen? Glück. Und das hier noch. Geht nicht. Hm. Na gut. Das war ja nicht viel hier drin. Hm. Die sind ja auch alle beim Feuerwerk. Gut. Ich klaute mal hier die Blumen aus dem Garten. Und das Gras. Und. Ups. Was war das? Hab nicht aufgepasst. Egal. Was haben wir noch hier schon. Hier unten ist der Flughafen. So. Was haben wir hier? Hallo. Bin auf Nahrungssuche. Ah ja. Tolle Sache. Bin unterwegs. Aha. Hier war ich glaube ich noch nicht drin. Boop 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 boop. Oh. Was ist denn das? Hey Mr. Eule. Das ist der Eugen. Uhu. Herzlich willkommen im Museum von Astroworld. Sie müssen das neue Gesicht auf dieser schönen Insel sein. Stimmt's? Der Zillis. Hab ich recht? Es ist mir eine Freude gestatten, Eugen, meines Zeichens, Kurator dieses illustren Museums. Unser Haus beherbergt Stücke aus allerlei Bereichen. Es ist ein wahrer Tempel der Wissenschaft. Einer unserer Schwerpunkte ist unsere wachsende Sammlung an Insekten, Fischen und Fossilien. Womit ich, falls ich so frosch sein durfte, eine Bitte hätte, ein Anliegen, ein höfliches Gesuch. Ich suche jemanden, der unser Haus um neue Stücke bereichert. Um neue Zutaten im Kompott der Kultur. Großzügige Gaben galanter Gönner, wie Ihnen. Die wir dann hier im Museum ausstellen können. Eine Vermählung humanitärer Herzlichkeit und intellektuellen Interesses. Die... Huch. Pardon. Mein Wester. Mein Thema Kultur kann ich nur schwerlich das Schnäbelchen zügeln. Schlicht gesagt, helfen Sie doch mit und bereichern Sie die kulturelle Klasse von Astroworld. Unser bescheidenes Haus und ich, wir freuen uns über jede Spende. Hm. Ja, das dürfte meine Ambition mit einiger Genauigkeit zusammenfassen. Ach, bis auf eine Kleinigkeit. Unsere Öffnungszeiten, nämlich... Und die sind gar nicht so schwierig... Ja, sind nicht schwierig zu merken. Jeden Tag, den ganzen Tag, das Museum steht Ihnen stets offen. Okay, ja. Danke, mein Freund. Geht's hier weiter? Okay. Öh. Von außen sah das gar nicht so groß aus. Japan Rosenkäfer, 19. Juli 2020. Gestiftet von Annie. Aha. Hö? Wir bitten... Nö, 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 nö. Aha. Wo geht's hier hin? Ah, sehe ich dann von den Freunden die Sachen? Alter. Schwalbenschwarm. Alter, was es hier alles gibt. Ist ja riesengroß hier. Verirre ich mich ja. Ich komme ja gleich nicht mehr zurück, ey. Ach du je, was ist denn hier? Aha, muss man noch stiften. Oh Gott, wie komme ich denn hier wieder? Eilai, 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 eilai. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Gibt's hier auch irgendwie eine Abkürzung wieder zurück? Oder laufe ich jetzt hier in einem Riesentempel rum? So, jetzt bin ich hier. Irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Hier. So, was ist hier? Kann man sitzen, gucken. Hier runter. Und dem Keller gibt. Was ist denn das? Hä? Aha, hier fehlen noch Sachen. Okay. Dinos auch hier, oder was? Dinos auch hier, oder was? Gibt's hier Dinos? Ach du je. Wie riesig ist denn das hier? Kann ich nicht irgendwie... Ah, ich kann hier laufen. Da steht schon Dino-Teil. Boah. 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 Jetzt hätten die mir aber... Was ist denn das? Die verschiedenen Figuren, die es gibt, oder was? Ha. Krass. Das ist verschlossen. Hier geht's nirgendwo mehr weiter. Bin ich jetzt von oben, oder von hier unten gekommen? Okay, ich bin von oben gekommen. Mann, Mann, Mann. Da gehst du in so ein kleines Gebäude und auf einmal entpuppt sich das als Riesenöhrgarten hier. Mit tausenden von Sachen. Ey, da war ein roter Schalter. Ah, egal. Ich komme bestimmt eines Tages noch mehr hin. So, was gibt's denn noch hier? Rechts entlang. Fische. Uh, Aquarien. Schön. Hm. Hm? Aha. Ui. Schöne Sache, schöne Sache. Okay, hier ist das Ende vom Gelände. Ja. So, jetzt haben wir hier alles mal schon mal erkundet. Okay, fein. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Oh. Äh. Was ist denn hier? Ach du je. Alles schön und gut. Ich hab mir schon wieder verlaufen. Hallo? Hier geht's, ach, hier geht's runter. So. Gehen wir mal hier raus. Aus dem schönen Museum. So. Was haben wir noch hier schönes? Ich weiß ja nie, wofür es gut ist. So, was haben wir hier? Hallo? Ist ja offen. Ach, der ist zuheim. Was ist denn der? Was ist denn der? Keine Schüchter, halt vortäuschen. Mach's dir bequem, bruh. Lass uns quatschen. Hey, ich muss dir was über Ennia klickern. Ist noch nicht lange her. Das neue Fahndesign scheint auf ihrem Mist gewachsen zu sein. Die weht stolz überm Service Center. Ja, und jetzt? Wo brennt's? Erzähl mal was. Cooles Teil, das du da hast. Hat jemand das für dich geseseit? Hat was brah. Toll. Auf der Bauglotzenanlage höre ich Volk, wann immer ich Bock drauf hab. Meine Erzieherfraktion hat sich früher über den Lärm beschwert. Aber ey, jetzt hab ich die Hosen an. Will heißen, in meiner Bude wird gebockt. Wenn ich das sage. Dies ist eine Werkbank zum Basteln. Oh, vielleicht kann ich hier. Hm, oder auch nicht. Gut, dann bin ich mal wieder raus, ja. Wo auch immer ich jetzt wieder hin muss. Ich hab noch keine Ahnung. Was haben wir hier? Ich bin unterwegs. Aha, was haben wir hier? Hallo. Ich bin spielen. Ja, wo waren wir jetzt noch nicht? Da hinten waren wir noch nicht. Aber warte mal, lass mal hier. Soll ich etwas entsorgen? Oh, eine Yucca-Palme. Geil. Die stelle ich mir gleich ins Zelt. Oder vor das Zelt. Warte mal, was war denn hier? Was ist das hier? Verkaufskiste. Da kann man wohl Sachen reintun, die man verkaufen möchte. Ah ja, hier ist gerade nicht. Ach, ein Laden. Guck mal an. Knox-Laden. Ach, da sind ja die Kleinen wieder. Willkommen. Ja, ja. Oh, der Zeles. Du bist hier, um einzukaufen. Einzukaufen. Wir haben alle Arten von Möbeln und andere Dinge, die du findest. Bestimmt etwas Nützliches darunter. Ja, ja. Lass dir ruhig Zeit und sieh dich um. Sieh dich um. Okay, ich seh mich um. Was gibt's hier denn? Das ist eine Eismaschine. Der Preisbauträg 1400 ständig. Interesse? Äh, nee. Lebaner. Ja, ja, ja. Verkauf dir nur seltsame Sachen. Oh, eine Gitarre. Geilo. Alter, ich klau schon nichts. Was lauft ihr mir so hinterher? Weg mit euch. Vielen Dank. Dankeschön. Blob weg hier, ey. Ihr seid doch verrückt. Hey, guck mal hier. Einmal. Zum Putzen. Ach, kann ich gar nicht nehmen. Was haben wir hier? Top Ankauf des Tages. Nur im Laden. Muscheltisch. Ankauf. Muscheltisch. Yo, yo, yo. Was mache ich? Ein Ast gefunden. Aber, sag mal, kann ich hier eigentlich irgendwie... ...ne Art Waffe haben? Was haben wir denn hier alles? Oh, du Wunderkerze. Oh Gott, halt mal Ast. Aus... Nee, nicht ablegen. Hm, okay. Ich geh mal hier rüber. Was ist das eigentlich? Achso. Flughafen könnte ich noch, aber... Ja. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Kann ich schwimmen? Ne. Ich weiß es nicht. So, Spiel durchgespielt. Nee, hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich setz jetzt mal hier... Was ist denn mit dir? So, mein Zelt. Was ist das denn? So, ich will jetzt eine Palme hierhin haben. So. Jogha-Palme. Platzieren. Oh, geil. Was hab ich denn noch cooles? Kanaldeckel. Nee. Ja. Ich weiß es nicht, was ich jetzt noch machen kann. Kann mir einer helfen? Hallo. Das Feuerwerk hat gerade angefangen. Schön, dass du dabei bist. Der Tennis ist für alle Besuch des heutigen Feuerwerks. Gibt es ein kleines Geschenk. Oh, danke. Oh, ne Mütze. Ist ja geil. Mit dem Leuchtherzenschrei wirst du selbst dem Feuerwerk die Show stehlen. Außerdem bist du damit so unübersehbar, dass du dich garantiert nicht im Dunkeln verläufst. Hä? Wie, jetzt ist das doch ne Mütze. Leuchtherzenschrei. Tragen. Ach, du Gott, du Gott. Naja. Aber nur, weil heute Feuerwerk ist, ne? Gibt es mir auch was? Wow, Double Wow, 3 Wow, extra Wow. Wenn nur ich das, oder ist jedes Feuerwerk noch schöner als das letzte? Ich weiß mal gar nicht, zu entscheiden, welches ich es am besten fand. Nee, da wird es ja nur das Zeug andrehen. Aber warte mal, ich kann ja mal hier, was der mir in die Hand gedrückt hat, ausrüsten. So. Uh, Wahnsinn. Cool. Und jetzt habe ich keins mehr, oder was? Toll, weg. So, was haben wir sonst noch so? Steine, Unkraut. Keine Ahnung, was ich damit mache. Wer könnte denn hier noch sein? Ja. Ich habe keine Ahnung, was jetzt noch hier so ansteht. Aber, hm. Wo ist denn der Flughafen hier? Ach, am Strand kann ich auch. Kann ich irgendwo hinfliegen, vielleicht? Ich gucke mal hier rein. Guten Tag. Ey, ey, ey. Willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Astroworld. Sehr erfreut. Ich bin Bodo, das Bodenpersonal für Dodo Airlines. Dodo Airlines, die Crew mag flugunfähig sein. Aber das hält uns nicht ab. Von hier aus kannst du andere Inseln besuchen oder Freunde hierher einladen. Oh. Und wir bieten hier am Flughafen auch einen Postdienst an. Jeder freut sich über eine Karte, oder? Wenn du jemanden eine schicken möchtest, schau dir mal unseren Kartenständer da rechts an. Übrigens, du bist doch der Zillis, stimmt's? Tja, die Insel ist klein. Dann macht sowas schnell die Runde. So. Was kann ich so für dich tun? Besucherempfang. Nichts, danke. Besucherempfang. Ah, möchtest du Besuch einladen? Klingt mir nach einer guten Idee. Falls du zum ersten Mal Leute auf einer anderen Insel besuchen oder hier empfangen willst, dann gibt es ein paar wichtigste Punkte, die du unbedingt zur Kenntnis nehmen musst. Ist nicht wenig, gebe ich zu. Aber es muss ja rechtlich alles in trockenen Tüchern sein. Also lies es dir bitte komplett durch. Okay. Lokaler Modus und Online-Modus. Beim Lokalen und Online-Spiel können Mitspieler von Spielern erstellte Texte und Grafiken sehen. Zum Beispiel. Namen, Chats, Beiträge, am Schwarzbrett, das Haus in der Insel, Zimmer in Häusern, eigene Designs und andere Inhalte. Bitte achte darauf, welche Inhalte du beim gemeinsamen Spielen mit anderen teilst. Danke, dass du den Kram durchgelesen hast. Kommen wir zum nächsten Schritt. Oh Gott. Möchtest du jemanden aus der Nähe, via lokalen Modus oder aus der Ferne, via Online-Spiel einladen? Ha. Online-Spiel. Roger. Eine Sache noch. Und sorry, falls du das alles schon mal zu Gericht bekommen hast, aber unsere Anwälte bestehen darauf, dass wir vor dem Online-Spiel auf sowas hinweisen. Sei rücksichtsvoll, teile keine illegalen Inhalte, persönliche Verhältnisse, Inhalte, die rechte anderer verletzen oder blablabla. Alles klar. Bitte sprich nicht die Regeln des Spiels. Äh, ach so, sprich. Und verhalte dich anderen Spieler gegenüber den Stirn. Die Nintendo-Verhaltensrichtlinien gilt für dein Verhalten im Spiel und alle geteilt die A. Alles klar. Ach du Jotter. Okay. Du kannst Minus drücken, um unangemessen zu... Verstanden. Dann lass mich mal eben schnell eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Bipu, bipu, bipu. Roger. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Geht das ein bisschen schneller? Hallo. Piep Mats. Ah. Hätte ich das gewusst. Speichervorgang berühre nicht den Powerknopf. Warum sollte ich das tun? Wen möchtest du also einladen? Dodo-Code erstellen. Aha. Freunde einladen. Guck mal. Oh hey. Du spielst zum ersten Mal gemeinsam mit Freunden. Stimmt's? Na, da hab ich hier genau das Richtige. Sie nennt sich beste Freunde und ist ohne zu übertreibend die beste App, die je entwickelt wurde. Die Installation geht auch ratz-patz. Solltest du mal eben kurz deinen Knockfone hervorrahmen. Ja, mach ich. Und jetzt? Ach, hat gebiebt. Beste Freunde-App. Fein. Ey, hallo? Und fertig. Wenn du deinen Freund triffst, öffne einfach die App. Alles weitere erfährst du dann. Hm. Alles klar. Ich öffne jetzt den Flugsteig. Ey, wieso? Hä? Was? Ich wollte... Beste Freunde. Mithilfe dieser App kannst du sehen, mit welchen Freunden und besten Freunden du gespielt hast. Hast du einen anderen Spieler als besten Freunden? Sehr, das kannst du sehen, wenn er online ist. Oh, ja. Ja, ne, 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 ja. Hm. Okay. Ja, da bin ich wieder. Was ist mein Begehren? Bla, bla. Flugsteig schließen. Doch, verweisen. Nein, nichts. Okay. Machen wir mal. Was mache ich denn jetzt hier? Hä? Ach so, ich habe den Flugsteig geöffnet, damit die Leute hier reinkommen. Hm. Ah. Warte mal. Ich lasse das erstmal. Das mache ich ein andermal. Äh. Ich lasse mal hier gucken. Hm. Eine Kartenständer. Man kann hier wohl für Kohle wieder kaufen. Ja, ja, ja. Alles kostet Kohle. Ist ja wie im echten Leben. Ich glaube jetzt die Palmen. Ach, geht nicht. Verdammt. Was kann man jetzt noch machen? Außer hier. Wie war ich das schon, oder? Guck noch mal rein. Ach Gott, oh Gott, ja, 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 komm. Weg, 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 weg. Hat mich gesehen. Nein. So, ich hole mal hier. Ich glaube hier mal hier das Zeug. Zip. Zip. So, was gibt es denn noch hier? Vielleicht finde ich ja hier am Strand. Oh, was ist das? Oh, Muscheln. Blub. 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 Hä? Guck, meine Tasche ist ja voll. Was soll ich damit machen? Ach, Mann. Tauschen. So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn das hier? Stachelschnecke. Äh, ja. Gibt es ja... Wir schmeißen mal hier Birnen austauschen. Guck. So. Birner abgelegt. Ach so. Ja, hier war mal. So, was gibt es denn noch Schönes hier, Freunde? Ah. Zack. Komm mal. Huch, meine Tasche ist ja voll. Was soll ich damit machen? Och, Mann. Warum ist meine Tasche am Lauffall? Äh. Hier, noch mehr Birnen austauschen. Wo ist er hin? Ach, verdammt. Zu langsam. Ha. Noch Muscheln. Och Gott, oh Gott. Gibt es hier irgendwie größere Taschen oder so? Hier liegt so viel tolles Zeug von. Ich weiß ja gar nicht mehr, äh... Was ich damit machen soll. Hm? Hier die Blumen mal wegmachen. Blub. Die blaue. Auch wieder voll. Ja. Tauschen. Diesmal gegen diese hier. Oh, ein Feuer. Flaschenpost. Oh, das ist toll. Huch, meine Tasche ist ja voll. So, dann mache ich mal wieder hier die ganzen Blumen weg. So, jetzt will ich aber wissen. Äh, in der Flaschenpost öffnen. An den Finder. An den Finder. Äh, ein Lagerfeuer. Toll, warte mal. Schmeiß mal die blöden Steine weg. Kann ich das jetzt? Boah, jetzt hat er die Steine wieder aufbogen. Leg das mal hin. Noch was ablegen. Mh, nimm, 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 nimm. Holz. Ich schütt mal in Holz. Holz, Holz. So, lass mal gucken. Juhu. Geil. Was ist das? So, jetzt habe ich ein Lagerfeuer. Ah, hier leuchtet immer noch die Post. Oder war ich hier noch nicht drin? Hallo. Kann ich nicht. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Oh, oh, oh. Schmeckt mir ein Meter, wenn es weg ist. So, wo ist mein... So, Lagerfeuer mache ich jetzt hier hin. Dipp, dipp, dipp. Camping-Kochkessel. Platzieren. Flipp. Und an. So, jetzt kann ich auch kochen. Kanaldeckel. Hm. Kanaldeckel mache ich mal hier daneben. Bup. Zack. Sehr schön. So. Sieht doch schon mal ganz vornehm aus. Und, ja. Gut. Dann gehe ich jetzt mal in mein Zelt und übernachte. Denn ich weiß momentan nicht, was ich jetzt noch machen soll. Den Rest der Insel erkunde ich dann ein andermal. So. Dann. Flipp. Schlafen gehen. Bup. Äh, 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 äh. Noch ein bisschen Training. Eins und zwei und drei und vier. So, jetzt gehe ich schlafen. Kann ich eigentlich irgendwie irgendwo Emojis oder so benutzen? Nö, ne? Mein Telefon. Corona rufen. Notrettung. Warum ist da noch? Rot. Gut. Ah, da kommen noch Meilen erhalten. Notting begrüßt es, wenn die Bewohner sich möglichst viel grüßen. Am besten sollst du jeden Tag allen deinen Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo sagen. Okay. Badem. Dankeschön. Bup. Das war's, ja. Gut. Ich guck mir nochmal die Map an. Also. Äh, wie, Annie? Hä? Das ist Annie's Haus oder was? Warte mal. Da kann ich jetzt aber mal gucken, du. War ich da nicht, Freunde? Was war das mit dem Briefkasten oder was? Dann wollen wir mal zackig. Darüber. Das ist ihr Haus? Oha. Okay. Gib mal ein paar. Ich guck mal gucken. Das ist ihr Haus? So sieht das aus? Really? Okay. Wie hat die das denn gemacht? Hm. Krasser. Sache. Volles Haus hier. Warum ist das überhaupt hier bei mir mit drin? Weiß ich auch nicht. Huh. Strohballen geil. Kann ich das auch aufsammeln? Ich würde ja gerne aufräumen, aber leider ist meine Tasche schon voll. Oh, geil. Warte mal. Schmeiß mal hier. Da. Schon bitte diese blöden Börnen. Ablegen. Zack. Ich will das haben. Ach, da kommt man ja draufsetzt. Ja. Ey, das kann ich ja verschieben. Hä? Kann ich das nicht zu mir ziehen? Boah. Das ist ja voll anstrengend. Kann ich das auch in die Richtung ziehen? Tatsache. Oha. Äh, trotzdem. Ich bastel jetzt mal hier mein Strohballen. Hm. Mach ich jetzt mal dahin. Strohbett. Strohbett? Platzieren. Plupp. Ha. Cool. So. Alles gesammelt. So. Und jetzt mach ich aber Schicht. So. Ab ins Bett, du. So. Und dann mal eine gute Nacht.